eben gerade kamen ein paar personen entgegen und ich habe ganz leise aber volle kanne hier luftausscheidung gemacht von unten von hinten und das hat voll stieg kommt voll stieg gemacht und da kam so eine richtige duftwolke und das haben die die mir entgegen kamen voll lecker eine abbekommen